Herzlich willkommen in der neuen und tollen Filiale auf der Alten Messe in Leipzig. Es ist die zweitälteste Filiale, Coming Home. Anders kann ich es nicht sagen. Die Alte Messe war und ist ein spezieller Standort. Und ich glaube, das wird eine große Erfolgsgeschichte. Hier zusammen mit Porta, super Standort, mitten in der Stadt. Ja, das ist ein langer Weg, das Entstehen einer Filiale. Und dann beginnen diese ganz verschiedenen Ausbaustadien. Ja, wir fangen mit dem Boden an, Deckel, Streichen, Ladenbau. Das ist schon auch ein straffer Zeitplan. Das ist ein tolles Beispiel für die Entstehung einer Filiale. Was da an so einem Tag passiert, wenn die Ladenbauer kommen, das ist einfach unglaublich. Wir wollen einen nachhaltigen Ladenbau. Wir verbauen Holz als Baustoff. Wir verbauen, soweit es möglich ist, auf den Dächern unserer Filialen Photovoltaikanlagen. Wir verwenden ausschließlich LED-Beleuchtung. Wir sind ein nachhaltiges Unternehmen. Wir verkaufen nachhaltige Produkte. Und ob man es glaubt oder nicht, von der leeren Hülle, die wir übernehmen, bis zur Eröffnung der Filiale, dauert es manchmal nur vier bis sechs Wochen. Und es war ein Rieseneinsatz. Die leben das hier in Leipzig, das muss ich betonen. Ja, tolles Team. Das Konzept ist, jeder findet hier bei uns sein richtiges Rad. Wir verkaufen Fahrräder an den normalen Fahrradfahrer, an die Familie, an das Kind in der Familie, an den ambitionierten Fahrradfahrer in der Familie oder auch Rennradfahrer. Das heißt, jeder, der hier wohnt, der kommt rein und fühlt sich heimisch. Herzlich willkommen in der neuen und tollen Filiale auf der alten Messe in Leipzig. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen.